hmmm, hey zusammen, aua, willkommen zu mittlerweile 113. Part der Let's Play Tanki Online Saga mit mir, dem New Star. Und heute mal mit einer ganz normalen Stimme, mehr oder weniger, naja, was soll's. Ah, okay, ähm, ich habe 1000 Abonnenten erreicht, cool, find ich geil, das ist geil, ja, muss ich so sagen. Und das bedeutet, äh, was bedeutet das? Ja, mh, Facecam, halt, wenn ich PC bekomme, mache ich das gerne über den PC, weil, ja, ist einfach so. Ähm, ouch, tsch, ah, da hat es mich erwischt, ah, nein, okay, ähm, ich werde den morgen bestellen und dann dauert's, keine Ahnung, ein paar Tage, fünf Tage, eine Woche, vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf, ah, vielleicht auch sechs, keine Ahnung, je nachdem. Äh, komm, 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 na los, kill mich. Genau. So, ähm, ich merke schon, mit 0,2 kann ich hier echt nichts reißen, aber wir versuchen mal unsere Brashitas. Und ich bin nicht der einzige Drugger und ich bin auch nicht der, der angefangen hat, also, ich zieh nur mit. Ja, Alter. Ey, jetzt muss ich mal nur wissen, wo diese, die Schaft kommt von irgendwo da hinten. Drecks Bobby Schaft. Ah, guck mal, da haben wir noch einen Drugger, guck mal, da haben wir, hier, eine Wasch. Äh, Wasch. Äh, Wasch. Ach, geh mal raus, ey. Wird mehr her zur Bond. Könnt ja lustig werden, ne? Ne, 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 nicht mit mir. Nein, ich wollte hier rein. Es gibt ja jetzt so die Funktion, dass man seine Freunde in Schlachten einladen kann und so. Ha, 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 ha. Ich seh schon, wenn, wenn sie sehen, dass ich on bin, bäm, bäm, bäm. Dann ist der ganze Bildschirm voll zu, voll zu. Voll gekleistert mit, komm in meine Schlacht, komm in meine Schlacht. Ha, 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 bitte nicht. Nein. Ähm, egal. Da müssen wir durch. Okay, was mach ich jetzt eigentlich? Ach, ich fahr einfach mal hoch, weil ich cool bin. Ah, Hilfe. Wer ist das denn? Hallo? Wer bist du? Darf ich dich wegdruggen? Darf ich? Dankeschön. So, dann fahr mal mal weiter hoch. Oh, hier ist die Flak. Cool. Wunderbar. Äh, Shitty? Shitty Fookie Faki. Autsch. Ey, das ist Shitty Fookie, Mann. Wieso? Mäh, meh, 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 gürü, mini. Gürü, ma, meine. So. Hi, you. Ja, ich lieb' euch auch. Ähm, 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 stimmenverzerrer, verzerrer. Ich hab ja zuerst verzerrer gesagt oder dachte ich so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich halt irgendwas gesagt und dann wollte ich das ein bisschen klarstellen, indem ich das dann anders betont habe und zwar extremst anders betont, verzerrer. Ja. Ah, Hilfe, Hilfe, bitte nicht tragen, bitte nicht, ah! Hm, musste einfach mal sein. Okay. Ähm, ähm, also es ist wirklich schon wieder ein schönes Erlebnis mit der Bahn zu fahren. Um 7.30 Uhr findet man schon die Ersten, die betrunken sind. Äh, jetzt fahren wir mal zur Arbeit mit 3,0. Äh, dann, wenn man zurückfährt, nach Hause, sieht man die Nächsten, die ein bisschen Intus haben. Ähm, oh, ich muss tragen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich mit dem Typen in der Schlacht und da wurde ich ein bisschen runtergemacht. Also da nehme ich doch keine an. Kann mich natürlich auch irren. Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. So. Ähm. Pfff. Na los, komm. Ist meine. Demacia! Tja! Äh. Schieben! Oh, ich hab sie. Äh, dürfte ich die ein... Ich warte mal ein bisschen. Ey, nicht runterschubsen. Nein. Aus. Böse. Na. Na. Blech. Oh Mann. Also ich werd's ja jetzt irgendwie nicht loslassen. Jo. Pfff. Keine Ahnung. Ist doch nicht mein Problem, wenn der mich runterschubsen wollte. Ja, jetzt hat er sie nicht bekommen. Wie geil. Wie geil. Haha. Aber der lässt sie noch nicht los oder so. Nein. Oh, was bist du denn für einer? Alter. Was ist denn das für einer? Nein. Nicht runter. Nein. Nein. Ja, ober. Like a boss. Seht ihr? Lebt sie zu einer Schlacht ein. Nein, ich will nicht. Schlacht ist nach dem Rang nicht für mich erreichbar. Ja. Hm, toll. Da kann ich sonst was machen. Oh, was ist hier los, Leute? Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Ah, da fahr ich halt hier hoch. So. Lassen sie mich durch. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Dann gab es natürlich noch diejenigen. Ja, da, jo Opfer. Ja, da, Junge. Ja, da, halt die Fresse. Ja, da, ey. Alter, was geht da ab, ey, Alter? Die hat man auch jedes Mal in der Bahn. Und man denkt sich nur so. Was soll das denn? Ein bisschen. Ein bisschen Klippenspringen muss sein. Dann wäre die Welt voll Sonnenschein. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon! Komm, Schnapsi. Nur ich und du. Nein! In allem, was ich auch tue, Pokémon. Oh, mein bester Freund. So retten wir die Welt. Pokémon! Okay, ähm. Ja, jetzt habe ich mal die Stimmung ein bisschen gelockert. Ja, jetzt können wir weitermachen. Wow, es geht ab! Pokémon! Pokémon! Komm, Schnapsi. Nur ich und du. Ich habe dich gekillt. Was willst du tun? Pokémon! Jetzt kommt die Gamer und klopft an meine Haustür. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Gamer! Nein! Ja. Genau, das stelle ich mir vor. Okay, ähm. Das ist irgendwie komisch, aber egal. So. Für alle diejenigen, die es noch nicht gecheckt haben. My tank! Download! Jetzt! Sofort! Macht hinne! Nein, müsst ihr nicht. Doch, müsst ihr! Nein! Okay, okay. Ich weiß, einige denken sich jetzt auch. Was bist du nur für ein dummes Kind? Hahaha. Wieso? Hahaha. Und die anderen denken sich nur, wieso, dass du tun wirst. Pff. Deswegen liebe ich Mammut, ne? Man kann schön die Gegner eine Brücke bauen. Hahaha. Sind wir lustig. Ey, wie kann man überhaupt mit Mammut auf dieser Map spielen? Das ist genauso Noob-like wie, ähm. Ah, lass mich durch. Das ist genauso Noob-like wie, ähm, Mammut auf Canyon. Oh! Schlackermacker! Fuck, wieso habe ich abgedrückt? Bringt ihn um! Ich will ihn tot sehen! Ich will seine Knochen essen! Wieso seine Knochen? Egal. Ja, er fällt! Wahaha! Und mit ihm die Flag. Naja, egal. Hatte eh keine Chance mehr. Glaube ich jedenfalls. Ja. Und da fällt der Nächste. Irgendwie fallen sie hier alle vom Himmel. Äh, wieso nur? Ähm. Und da fällt der Nächste. Meine Güte. Ah, fahre ich doch hier hoch. Gleich fällt hier der Nächste. So. Ah, 10 Kristalle. Ich bin reich. Ich bin eine reiche, kleine Bitch. 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 Bitchi, bitchi, bitch. Upsalappala. Schluppalappa. Schlawiner, du! Du Schlawiner! Ich bring dich um! Nein! Wer hat mich umgebracht? Nein! Wieso? Äh! Alter. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Habe ich meine Tabletten genommen? Äh! Ich habe hier noch eine. Ich nehme mich rumzulegen. Muss ich noch eine nehmen. Und das ist jetzt kein Scherz. Also. Das ist wirklich so. Dass ich Tabletten einnehme. Aber jetzt bloß nichts Falsches denken. Äh. Nicht irgendwie hier, dass ich nicht mehr so hibbelig bin. Oder so. Nein. Das sind ganz einfach nur Magnesium-Tabletten. Also. Steht hier drauf. Magnesium-CT. 500 Milligramm. Film-Tabletten. Also. Das hoffe ich. Dass das dann auch Magnesium-Tabletten sind. Wieso? Ganz einfach. Weil ich drei Tage lang Muskelzuckungen hatte. Und das ist einfach nur eklig. Und nervig. Also. Wenn dann auf einmal dein Oberarm anfängt zu zocken. Und nicht mehr aufhören will. Das ist schon beängstigend. Aber auch eklig. Weil man dann ja so scheiße sieht. Wie er gerade so richtig zuckt. Also. Und wie er sich gerade anspannt. Und entspannt. Und entspannt. Und entspannt. Und entspannt. Und entspannt. Das wäre ein schönes Bild für Newstar Failed. Aber. Der Zug ist abgefahren. Leute. Schieben. Ich kann mich hochschießen. So. Kommst du mal her. So. Ne. Und die Magnesium-Tabletten helfen halt. Gegen diese Muskelzuckungen. Keine Sorge. Mir geht's gut. Ich weiß. Fans werden sich denken. Yeah. Und die Hater. Nein. So ähnlich. Aber okay. Es sind einfach nur Muskelzuckungen. Es ist keine Krankheit. Oder sonst was. Oder irgendwie. Ja. Einfach nur Magnesiummangel. Und mehr nicht. So. Also ich leide nicht unter Epilepsie. Oder so. Glaub ich jedenfalls. Glaube ich jedenfalls. Naja. Gut. Ähm. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Fangen wir mal hier hoch. Pff. Da fällt der Nächste vom Himmel. Ach Gottchen. Und auf die Fleck. Du kleiner Schlawiner, du. Ähm. Ja. So. Also. Das reicht mir auch irgendwie. Das reicht mir für heute. Kein Bock mehr. Alter. Da fällt der Nächste vom Himmel. Da. Schon wieder. Leute. 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 Gratis EP hier. Ei. Das war ein Fehler. Pff. Haha. Hätte er ein bisschen später abgedrückt. Dann hätte er mich gekillt. Aber so. Ne. Und da fällt der Nächste. Ey. Leute. 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 Es kommt mir so vor, als wäre ich der Einzige, der auf dieser Karte spielen kann. Also. mehr oder weniger. Was? Wie hat er denn den geschafft? Ach. Der drugt. Der drugt ja richtig. Der drugt. Der drugt. 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 Und du bist weg. Okay. Leute. Das war's. Also. 3. 2. 1. 11. Freestyle 9.